Das Werwölfe-Gameplay-Pack ist erschienen, welches ich in diesem Video ein wenig genauer unter die Lupe nehmen möchte. Wie sieht das neue Gameplay, die Welt, der Erstelle 1-SIM-Modus und der Rest des Packs aus? Das Die Sims 4, meine Werwölfe-Gameplay-Pack ist am 16. Juni veröffentlicht worden und natürlich wollte ich mir auch hier wieder die neuen Inhalte anschauen. Ich bin tatsächlich schon mal in den Erstelle 1-SIM-Modus gesprungen und wir starten einfach mal direkt durch. Ich sehe hier schon ein paar Sachen, die mich dann doch ansprechen hier. Die sehen doch eigentlich ganz schick aus. Wir haben diese neue Jacke bekommen mit diesem Gameplay-Pack, die ich tatsächlich ganz cool finde. Es scheint so zu sein, als wäre es in diesem Pack mal wieder, sagen wir mal, nicht so musterlastig, wie das manchmal ist. Hier gibt es ein paar Muster. Hier gibt es auch bei diesem T-Shirt verschiedene Motive, was ich tatsächlich ganz gut finde. Aber ansonsten, die Outfits hier sind alle relativ, ja, neutral gehalten von den Mustern. Da hatten wir teilweise schon sehr funkige Sachen, aber diesmal tatsächlich ein bisschen einheitlicher. Finde ich sehr gut, tatsächlich. Dieser Print ist ja wirklich sehr cool, hier mit diesen kleinen Werwölsköpfen. Wir haben dieses neue Oberteil, auch sehr schick. Ich habe das Gefühl, die Texturenauflösung ist bei diesem Pack irgendwie ein bisschen höher als sonst. Ist ja auch nichts Schlechtes. Dann gehen wir mal weiter. Wir haben einen lustigen Pullunder bekommen, der hier auch so angefressen ist. Sieht irgendwie auch ganz witzig aus. Auch wieder ein paar dunkle Farben, finde ich auch immer ganz wichtig. Kann man nichts sagen. Oh, sehr schöne Jeansjacke. Mit diesem Element am Rücken gefällt mir das ganz gut. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, irgendwie kommt mir das so bekannt vor aus dem coole Küchen-Accessoire-Pack. Da gab es eine ähnliche Jacke, aber hier so mit diesem... Wow, okay. Das ist ja sogar hier so transparent. Das habe ich jetzt im ersten Moment gar nicht gesehen. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ich mag das immer, wenn die Outfits einfach so Details haben, die sie dann einfach irgendwie besonders machen. Hier dieses Hemd tatsächlich ein bisschen pastelliger. Gefällt mir auch ganz gut. Wir haben diesen neuen Pulli bekommen. Auch wieder hier mit ein bisschen Muster. Gefällt mir ganz gut. Oh, hier oben auch so angefressen. Das scheint hier so ein bisschen der... Ja, sich durch dieses Pack durchzuziehen. Einen unordentlichen Haushalt kann man mit diesem Pack also auch so ein bisschen darstellen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Sieht so ein bisschen Oma-mäßig aus. Finde ich aber irgendwie auch ganz witzig. Hier so mit diesen Flicken. Auch ein eigentlich ganz cooles Oberteil. So, dann haben wir hier wieder was Angefressenes. Passt ja irgendwie so ein bisschen. Wenn die Werbe für das anziehen, kann ich mir das so sehr gut vorstellen. Dass dann die Klamotten auch durch diesen... Wenn sie sich verwandeln, dadurch dann so ein bisschen beschädigt werden. Finde ich auf jeden Fall sehr witzig. Die Farbkombi ist ja wirklich mega. Ja, also tatsächlich muss ich sagen, die Oberteile der Frauen gefallen mir ganz gut. Dann wäre ich fast dafür, dass wir hier nochmal einen männlichen Sim erstellen, um hier auch die Gegenseite so ein bisschen sehen zu können von den Klamotten. Okay, das Outfit kennen wir ja schon von den Frauen. Wir haben auch diese Jacke bekommen. Oh, mir fällt gerade auf, tatsächlich, die Outfits sind Unisex. Wurde ja auch schon vorher so gesagt. Aber ich habe das tatsächlich nur so verstanden, dass es irgendwie bei den Frisuren so Unisex-mäßig war. Aber jetzt scheinbar auch bei den, ja, anderen Klamotten. Okay, auch ganz interessant. Ist ja auch vollkommen okay. Die Sachen können eigentlich wirklich beide Geschlechter tragen. Ja, die haben wir jetzt bei den Frauen schon so gesehen. Machen wir doch mal bei den Hosen weiter. Ich denke mal, da wird das Spiel gleich ähnlich sein. Außer vielleicht ein paar Röcke. Okay, wow. Was auch immer sind es hier quasi so kleine Flicken. Es könnte jetzt auch hier so ein Gitternetz sein, was da drüber gebastelt ist. Was ich jetzt aber mal eher nicht glaube. Auch sehr interessant. Es ist quasi jetzt ein Loch. Und dieses Loch hat nochmal ein Loch. Das ist einfach Lochception hier. Die Entwickler haben, ja, die Büchse der Pandora mit den Löchern geöffnet irgendwie. Okay. Tatsächlich auch eine ganz coole Hose. Ein bisschen was Moderneres. Ich glaube, das hat ja auch die eine Frau auf dem Render an. Gott, sieht das schrecklich aus. Also dieses Lila ist wirklich grauenvoll. Aber wir haben auch noch diese Hose bekommen. Ich muss ehrlich zugeben, ich hätte jetzt irgendwie so gesagt, vielleicht hätten sie es auch so machen können, dass es quasi manche Objekte in weniger und in mehr zerrissen gibt. Hätte ich mich vielleicht beschwert, dass es irgendwie alle Sachen zweimal gibt. Und die Entwickler da dann ein bisschen faul waren und Sachen recycelt haben. Das ist ja bei mir immer so ein bisschen schwierig. Das muss man sagen. Der Ring ist irgendwie ganz cool hier. Auch wenn so diese kleinen Minisachen gar nicht immer so auffallen. Es ist ja auch so mit diesem Mondthema natürlich hier so ein bisschen gearbeitet. Diesen Ring haben wir noch. Der sieht irgendwie aus wie so eine kleine Fliege. Dann haben wir neue Nägel bekommen. Die sind dann wahrscheinlich eher für die Werwölfe interessant. Am normalen Sim sieht das irgendwie auch sehr interessant aus. Die sehen wirklich spitz aus tatsächlich. Zwei neue Gesamtoutfits. Dieser Mantel ist ja wirklich krass. Also nicht schlecht. Das Muster ist auf jeden Fall wirklich sehr cool. Gehen wir mal weiter. Ganz viel hier so aneinander genäht. Gib mir hier so Harry Potter-Vibes irgendwie so ein bisschen. Finde ich eigentlich ganz cool. Würde ich jetzt meinen Sims wahrscheinlich auch eher nicht anziehen. Wow. Okay. Wirklich auch ein sehr schickes Outfit hier mit dem Gürtel. Ganz cool. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass ich das meinen Sims mal öfters anziehe. Auch wieder hier so in schwarz. Also die Farbpalette ist ja eher so bräunlich. Aber teilweise auch bunt. So braun-blau. So ein bisschen. Das trifft es glaube ich von den Farben ganz gut. Haben wir neue Schuhe bekommen? Da weiß ich sogar, dass wir neue bekommen haben. Ja. Okay, wir haben dieses Paar, so Chucks, in bisschen kaputter, weniger kaputt, verschiedene Muster. Finde ich auch mal sehr gut. Wir haben so wenig coole Schuhe im Spiel, meiner Meinung nach. Also ich habe auch einen sehr, sagen wir mal, spezifischen Schuhgeschmack. Aber die gefallen mir wirklich gut. Die würde ich so glatt auch in echt anziehen. Ich finde Chucks sind sowieso irgendwie sehr coole Schuhe. Und die dürfen gerne ein bisschen wiederkommen. Dann geht es weiter mit diesen Schuhen. Ich muss ehrlich zugeben, die erinnern mich gerade so ein bisschen an so Clown-Schuhe irgendwie. Ich weiß auch nicht. Einfach weil die so, ich weiß nicht. Ist das die Form irgendwie, dass hier oben so ein bisschen nach oben geht? Ich weiß nicht. Ja, die sind auf jeden Fall auch ganz cool. Sehen auf jeden Fall krass aus. Ich finde es erstaunlich, weil zum Beispiel beim Vampire-Gameplay-Pack waren die Klamotten ja wirklich, sagen wir nochmal eine Ecke extremer. Also die Sachen sind ja, okay, das jetzt nicht unbedingt, aber so die anderen Sachen sind ja einigermaßen alltagstauglich einfach. Das war bei Vampire meiner Meinung nach ein bisschen nicht so arg. Da waren auf jeden Fall sehr viele Sachen dabei, die dann nur die Vampire tragen konnten. Und bei den anderen Sims sah das dann eher fast ein bisschen too much aus. Finde ich tatsächlich auch ganz gut. Ihr wisst ja, dass ich da auch immer irgendwie Wert drauf lege, dass die Klamotten irgendwie auch theoretisch im Alltag verwendet werden könnten. Apropos, diese hier ist dafür eigentlich auch sehr gut geeignet. Wir haben neue Frisuren bekommen. Drei Stück. Auch für beide Geschlechter. Wenn wir jetzt mal den Filter rausmachen. Ne, stimmt gar nicht. War eine Fehlinformation. Wir haben sogar hier für die Frauen noch ein paar mehr. Ach, das ist doch eine Frisur, die irgendwie auch Männer theoretisch so tragen könnten mit dem, diesen Bann hinten. Gefällt mir auch ganz gut. Könnt ihr, ach so. Ah, hier hinten. Der Teufel liegt im Detail. Hier ist so ein eingestanzter Mond, ein rasierter Mond noch. Ja. Das wäre doch was für die Sims 5, dass man sowas in Varianten irgendwie kategorisiert. Dass du nicht nur deine Farben hast, sondern theoretisch auch eine andere Variante von einem gewissen Objekt auswählen kannst. Mit so verschiedenen Knöpfen fände ich das doch irgendwie eine tatsächlich ganz coole Idee. Da muss man nicht ewig rumsuchen, was denn hier eigentlich der Unterschied ist. Das hat mich gerade ziemlich verwirrt. Wir haben diese neue Frisur. Oh, mit diesen kleinen Klammern hier drin. Auch sehr cool. Ist irgendwie jetzt wieder so ein bisschen niedrig. Es sieht, ich weiß nicht, es ist, ich weiß nicht, ob man das auf YouTube so gut sieht, weil das Video ja immer komprimiert wird. Aber irgendwie, die Textur sieht so, so verwaschen aus, so schwammig. Hier diese Klammern, wenn man nah ran zoomt, auch sehr, ja irgendwie, weiß auch nicht, sieht ein bisschen komisch aus. Man sieht auch, dass die nicht richtig modelliert sind, sondern drauf texturiert. Aber wenn man jetzt hier mal ein bisschen raus zoomt, dann sieht man das ja nicht so wirklich. Also, Meckern auf hohem Niveau hier mal wieder. Finde ich aber tatsächlich auch ganz cool. Hier auch noch mal wieder so eine richtige Mähne. Hier in diesen Abstufungen. Passt auf jeden Fall auch sehr gut zum Thema. Und, oh mein Gott, hier sieht so grauenvoll aus. Ich glaube, wenn ich den echt tragen würde, wäre auf jeden Fall für mich sehr kritisch. Aber, ey, dieser Farbverlauf ist ja wirklich geil. Also, auch, sagen wir mal, eine interessante Frisur. Hier auch mit diesem Zopf. Also, sie denken sich auf jeden Fall auch sehr oft ziemlich lustige neue Kombinationen aus. Dann haben wir auch ein neues Bestreben bekommen, dessen Name ich tatsächlich leider nicht aussprechen kann. Lykantropie. Ich wollte gerade Lykantrophobie sagen, aber nicht ganz. Wir haben das neue Werwolf-Initiierungsbestreben bekommen, welches wir jetzt natürlich für dieses Video auch mal auswählen. Jetzt gehen wir noch mal ganz schnell im Schnelldurchlauf die Sachen für die Kinder irgendwie durch. Die vergesse ich ja irgendwie so gerne. Okay, hier gibt es nichts. Wir haben eine neue Hose bekommen. Mit diesem Schwanz, der hier so angeheftet ist. Auch eine mega lustige Idee. Okay, die sieht eigentlich auch ganz cool aus. Wir haben ein neues Oberteil bekommen. Hier auch mit so einem Regenbogen scheinbar. Ein ganz schrecklicher Pullunder. Ich finde diese Pullunder irgendwie nicht so schön. Passt natürlich trotzdem zum Thema. Oh, das ist doch niedlich hier. Mit so einem kleinen Wald hier drauf. So Birkenbäume. Also auch nicht nur so ein bisschen die Sachen von den Erwachsenen runterportiert für die Kinder. Die haben sich ja tatsächlich da auch eigene Ideen, Gedanken gemacht. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und bei den Kleinkindern schauen wir jetzt auch nochmal ganz schnell rein. Einfach der Vollständigkeit halber. Obwohl ich ehrlich gesagt auch gar nicht so viele Kleinkinder und Kinder erstelle. Das ist wahrscheinlich bei mir der Hauptgrund. Wir haben dieses neue Gesamtautfit bekommen. Sehr schick. Irgendwie bei den Kindern eher in so auch so braunen und neutralen Tönen tatsächlich. No, das ist schon echt niedlich. Hier haben wir nichts Neues. Hier haben wir nichts Neues. Hier haben wir auch nichts Neues. Ich würde sagen, dann gehen wir doch mal weiter. Jetzt erstellen wir einen Wehrwolf. Da bin ich fast am gespanntesten gerade drauf. Hier im Erstelle einen Sim-Modus. So. Da wären wir. Okay, auf jeden Fall sehr auffällig, dass sie hier so ein bisschen Nebel und diesen Mond in den Hintergrund eingefügt haben. Finde ich auf jeden Fall sehr cool tatsächlich, dass sie das so gemacht haben. Ah, okay. Wir sind direkt in der Wehrwolf-Form gelandet. Ja, es gibt wie bei den Vampiren auch, gibt es die Beast-Form und die normale Form. Die normale Form unterscheidet sich da natürlich nicht wirklich. Da ist alles gleich wie bei den normalen Sims auch. Aber wenn wir jetzt doch mal in die Wehrwolf-Form springen. Ja, lässt sich der neue Editor sehen, der wirklich tatsächlich sehr cool ist. Wir können hier allerlei Sachen bearbeiten. Finde ich auf jeden Fall sehr witzig. Ich muss zugeben, dass ich ursprünglich bei diesem Pack damit gerechnet habe, dass sie so ein bisschen wie in Die Sims 3 werden. Da ist es ja einfach so, dass die Wehrwolf einfach nur ein bisschen beharter sind. Bisschen einen komischen Stil haben. Aber dass sie jetzt so, sagen wir mal, ganz körperbefällt sind. Und auch, ja, tatsächlich. Boah, das sieht ja hier mega cool aus. Tatsächlich so detailliert angepasst werden können. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und, ja, irgendwie, man kann seinen Wehrwolf ja wirklich richtig individualisieren. Einen einzigartigen Wehrwolf erstellen. Die Sims 3 waren ja tatsächlich sehr ähnlich. Da wurde ich auf jeden Fall positiv überrascht. Diese Schlabberohren sehen ja auf jeden Fall ganz witzig aus. Oh, da ist er auch schon am Heulen. So, Wangenbüschel können wir auch wählen. Boah, ich weiß gar nicht, was ist denn hier gerade so angesagt bei den Wehrwölfen? Das ist bestimmt voll im Trend, wenn es hier so absteht. Sehr cool auf jeden Fall. Weiter geht es mit den Nasen. Da können wir, oh, wir können sogar ebenfalls die Nasenfarbe wählen. Auch sehr cool. Ja, auch so ein bisschen gefleckt. Na, das sieht irgendwie auch sehr witzig aus. Die Zähne können angepasst werden. Da ist jetzt hier auch möglich, dass wir die Vampirezähne wählen können. Und es gibt auch ein paar neue Zähne. Boah, also dieser Zahn sollte auf jeden Fall mal korrigiert werden. Das ist bestimmt beim Kauen nicht ganz so angenehm. Hm, boah, es ist schwierig. Die hier finde ich tatsächlich ganz cool. Kinhaarbüschel. Was haben wir denn hier so? Das ist so witzig, dass man einfach solche Sachen hier anpassen kann. Hm, ja. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Komm, wenn er hier schon so dieses puschlige Fell hat, dann braucht er auch ein passendes Kinhaarbüschel. Wir können hier ganz viele Brillen wählen. Und auch so ein paar Objekte von den normalen Sims. Aber nicht alles. Wir können hier so Ansteckblumen geben, aber nicht alle Ketten. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr witzige Kombination. Uh, es gibt neue Ringe. Die sind auf jeden Fall sehr spannend. Hm, kleine Piercings hier. Boah. Ich finde, so sieht er doch irgendwie krass aus. Hier so mit zwei verschiedenen. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt wird es tatsächlich ganz spannend, weil wir jetzt auch, ähm, ja, den Werwolf, wie wir wollen, anmalen können. Was ich wirklich sehr cool finde. Also, also so, sag mal, ist bei dir alles okay? Kann man dir helfen? Also, das Rumgejaule hier geht mir gerade so ein bisschen auf die Nerven. Der macht es schon wieder. Was ist denn da los? Ich glaube, meinem Werwolf geht es nicht ganz so gut. Ah, okay. Da stehen also so ähnliche Optionen wie beim Hund- und Katzenerweiterungspack tatsächlich zur Verfügung. Wir können hier verschiedene Grundfarben wählen. Verschiedene Fellfarben, die hier natürlich auch mal, äh, mehr, mal weniger individuell sind beziehungsweise mal mehr, mal weniger Farben in sich haben. Boah. Da haben die Entwickler sich ja richtig Mühe gegeben, hier so auch richtig ausgefallene, äh, Werwolffarben zu erstellen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Was nehmen wir denn mal als Basis? Ich glaube... Das hier ist vielleicht nicht so unbedingt eine gute Basis. Ja. So. Wollen wir einfach mal das nehmen. Und jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, ähnlich den Editor, kennt ihr wahrscheinlich schon, wie in dem Hunde- und Katzenerweiterungspack, auf dem Meer Werwolf rumzumalen, was ich schon da einfach eine sehr coole Idee fand. Bei den Haustieren war es dann ja möglich, quasi sein richtiges Haus hier einfach eins zu eins nachzuerstellen. Das, äh, ja. Bei den Werwölfen gibt's, wird's vielleicht ein bisschen schwierig, weil's die ja in echt nicht gibt. Aber, ähm, ja. Ich finde das tatsächlich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr witzig, dass sie das jetzt hier auch so mit implementiert haben. Das können wir ihm ja quasi hier mal so ein, beziehungsweise ist glaube ich eine Sie, können wir ihr mal hier so ein bisschen dunkleren Bauch malen. Dann passt es hier so, boah, es ist, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, äh, passt es besser zu den, zu den Klauen einfach. So. Ich bin tatsächlich jetzt nicht so der beste Maler. Vor allem mit diesem Editor tue ich mich manchmal tatsächlich ein bisschen schwer. Also so sieht das doch eigentlich ganz gut aus. So. Okay. Mh, vielleicht auch hier irgendwie noch so ein bisschen. Machen wir mal den Pinsel ein bisschen klein. Ihr seht schon, wie das Tool hier so funktioniert. Das ist ja eigentlich recht einfach zu verstehen. ganz kurz. Mh, was ist eigentlich das hier? Hier ist so eine scharfe Linie von den Texturen drin. Das ist tatsächlich ein kleines bisschen schlampig irgendwie. Hm, okay. Damit, das hat mich gerade jetzt ein bisschen abgelenkt. Hätte man jetzt hier vielleicht irgendwie ein bisschen sauberer machen können, aber, naja, ist ja jetzt auch kein Weltuntergang. So. Bekommt er hier so ein bisschen, ein bisschen Schatten. Wir konturieren ihn hier mal so ein bisschen. So. Dann malen wir ihm hier noch so ein bisschen. Hier die, die Stellen heller. Ich finde, jetzt sieht es irgendwie aus, als wäre er in den Kampf gekommen oder so ein bisschen Sonnenbrand oder so. Hier kommt so die Haut durch. Uh. Also ich muss sagen, hier sind noch so die Knie so ein bisschen heller. Ich mag dieses Tool sehr gerne. Auch wenn ich das jetzt nicht ganz so gut kann. Hier so den Schwanz mal in weiß. Sieht doch bestimmt auch sehr witzig aus. Mh, ja. So. Da habe ich nicht sauber genug gearbeitet. Tatsächlich, das Tool ist auf jeden Fall wirklich sehr umfangreich. Wir können ja auch schon so Schablonen benutzen, damit wir dann da quasi hier noch so Narben reinmalen können. Wir haben also wirklich sehr viele Möglichkeiten mit diesem Tool. Natürlich fast ein bisschen schade, dass man hier nicht so, sagen wir mal, eigene Presets irgendwie speichern kann. Aber das ist ja jetzt auch nicht so der Weltuntergang. Oh Mann. Das ist so bescheuert. Also diese Stempel sind ja die gleichen wie bei Hunden und Katzen. Wie dumm das aussieht. Ne. Das kann ich ihm nicht antun. Ich glaube, dann schämt er sich. Äh, ja. Naja. So. Dann wären wir damit, finde ich, auch schon durch. Ich finde, auch wenn wir jetzt einfach hier so ein Standard-Preset genommen haben, mag ich meinen Werwolf doch eigentlich ganz gerne. Wir können ihm theoretisch auch Klamotten anziehen und ich bin natürlich dafür, dass wir ihm jetzt auch das neue Werwolf-Bestreben geben. Das übrigens am Ende in vier verschiedene Mini-Bestreben wechselt quasi. So kann man das sagen. Neue Merkmale haben wir mit diesem Pack leider nicht bekommen. Fast ein bisschen schade. Da hätte man bestimmt noch irgendwas Cooles finden können. Willkommen in Moonwood Mill. Ich habe jetzt hier einfach mal unsere beiden Test-Sims sagen wir mal fertig erstellt und ich würde sagen, ich glaube, wir sind bereit, hier einzuziehen. Wir haben fünf neue Grundstücke in einer Region bekommen. Einmal hier das kleinste ist 20x12. Wir haben hier aber noch ein paar andere Größen. Hier ist dieser Bar-Bereich, den wir gleich noch sehen werden. Vielleicht die Bibliothek ist hier und sonst das andere sind einfach Wohngrundstücke. Die wurden übrigens alle von James Turner gebaut. Ach, wie schnell der Ladebildschirm auch immer vorbei ist, wenn man in einen neuen Spielstand wechselt. Da wären wir auch schon angekommen. Das Haus ist tatsächlich mit ein paar Basisspiel-Objekten, mit ein paar Objekten vom Pack eingerichtet. James Turner hat hierzu ebenfalls ein Video hochgeladen, wie er das gebaut hat. Das habe ich mir letztens angeguckt. War tatsächlich sehr spannend und da wären wir auch schon in Moonwood Mill. Ich muss mich doch jetzt mal ganz kurz ein bisschen orientieren. Wir haben diesen riesigen See, wo man auch einen neuen Fisch sammeln... Äh, sammeln. Ich sammle meine Fische auch immer und natürlich fangen kann. Das wäre das bessere Wort. Finde ich auf jeden Fall irgendwie sehr atmosphärisch hier. Ich muss auch sagen, dieser kleine Fluss da hinten sieht man fast gar nicht, aber es sieht hier alles so toll aus. Ohne Witz. Also was die Entwickler bei die Sims 4 gefühlt nie verhauen, ist die neue Welt. Die sieht immer großartig aus. Man kann es nur so sagen. Und hier haben wir diesen kleinen Fels-Vorsprung hier so ein bisschen hier oben. Finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Geht es hier so runter. Die Region an sich ist ja wirklich wieder ziemlich groß. Wir haben hier auf jeden Fall sehr, boah, sehr viel, sehr viel Fläche, wo wir rumlaufen können und erkunden können. Hiermit lässt sich leider nicht interagieren. Es soll hier quasi so ein, so ein, ja, abgelegenes, Lost-Place-mäßiges, äh, mäßige alte Holzfabrik darstellen. Hier wurde früher Holz quasi verarbeitet. Das ist schon lange her und ich muss sagen, boah, also die Atmosphäre ist auf jeden Fall hier wirklich gigantisch. Ich finde es auch mega cool, dass sie, äh, voll oft bei diesen Welten immer so einen eigenen, eine eigene Idee mit reinbringen. Also so in der Art hatten wir das jetzt auch noch nicht. Mit dem Müll erinnert mich direkt natürlich an Evergreen Harbor, aber die ist von der Atmosphäre auch nochmal komplett anders. Hier haben wir die kleine Bar, die haben wir auch schon im Trailer bewundern können, auch sehr cool. Und hier weiter hinten haben wir ebenfalls hier einfach nur noch den Weg, der hier dann raus aus Moonwood Mill führt, aber das wollen wir jetzt hier erstmal gar nicht. Wir schauen uns direkt mal die neue Werwolfs-Benutzeroberfläche an. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen rummeckern, aber die gefällt mir aus irgendeinem Grund einfach gar nicht. Ich weiß auch nicht, so der Text, diese Elemente sind hier viel zu weit links irgendwie, die sind ja schon fast da an der Seite dran und allgemein, es sieht, die ganze Benutzeroberfläche ist so in so einem ganz minimalistischen Stil gehalten und da sticht irgendwie dieses, ja, Metallmäßige voll raus. Diesmal gefällt es mir tatsächlich nicht, weil normalerweise finde ich die Benutzeroberfläche immer sehr schick. Hier mal kleiner, kleiner Nerdtalk am Rande ist ja jetzt auch nichts Wichtiges. Aber da wären wir auch schon bei den neuen Werwolfsfähigkeiten, von denen es insgesamt 25 neue gibt. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Böse Zungen würden behaupten, diese Benutzeroberfläche haben wir jetzt auch schon öfters mal gesehen. Da würde ich mir tatsächlich, ehrlich gesagt, auch wünschen, dass es vielleicht da irgendwie ein neues System gäbe. Ich weiß auch nicht, was man da so genau machen könnte, aber irgendwie, ja, schauen wir uns doch mal die neuen Fähigkeiten an, die wir hier am Anfang wählen können. Körperpflege, oh, wir können uns selber sauber lecken, auch sehr interessant. Grabe verlorene Schätze und Artefakte aus, hinterlasse eine Markierung und erleichtere deine Blase. Die Sims können jetzt auch einfach auf dem Boden schlafen, das genau ist diese Eigenschaft, und auf den Boden pinkeln. Also, sehr viel animalische Fähigkeiten hier erstmal am Anfang. Boshaftigkeit, erschrecke andere zum Spaß und aus Profitgier. Danach kommen hier noch andere Merkmale. Vermächtnis des Lykaners. Tausche Fähigkeitspunkte gegen Zufriedenheitspunkte ein. Wow. Ja. Okay. Spannend. Ehrlich gesagt, diese Zufriedenheitspunkte gucke ich mir irgendwie gar nicht an. Was gibt es denn hier noch so Lustiges? Laufe extrem schnell. Hatten wir bei den Vampiren auch schon mal so. Erhole dich schneller von Verletzungen. Heule im Rudel. Okay, damit kommt erst das Heulen. Verwandle andere Sims in Werwölfe, indem du sie unter den Einfluss des Fluches beißt. Da finde ich tatsächlich diese Eigenschaften hier nochmal eine Ecke cooler. Das ist nicht wie bei Werde berühmt, wo man diese Eigenschaften rechts einfach per Zufall bekommt oder einfach so, sondern das sind quasi trotzdem ebenfalls Fähigkeiten, wie sie hier genannt werden, schlummernde Fähigkeiten, die einfach durch pure Interaktion mit der Welt quasi erworben werden können. Man muss hier bestimmte Sachen machen, die hier unten im Rot stehen. Wird freigeschaltet, wenn ein Werwolf während einer wütenden Raserei keine Sims erschreckt. Also finde ich auf jeden Fall sehr cool. Da muss man dann nicht nur einfach wild irgendwelche Sachen anklicken, wie hier, sondern man muss halt wirklich irgendwas machen. Werwolf-bezogene Literatur lesen, wenn ein Werwolf mit einem Wutlevel unter dem Maximum die Interaktion grausame Einschüchterung in Werwolf verwandeln oder bösartiges Heulen bei einem Sim ausführt, der bereits Angst hat. Also es ist tatsächlich hier sehr spezifisch. Ist, glaube ich, vielleicht dann auch so eine kleine Challenge, aber dadurch, dass wir jetzt schon zwei Punkte haben, würde ich sagen, wir hauen hier mal die Boshaftigkeit und Körperpflege bei uns hier in das Fähigkeitenkontor. So, damit wäre unser Sim tatsächlich jetzt schon ein bisschen schlauer in der Hinsicht. So, wollen wir denn mal schauen, was sie denn jetzt hier so für coole Interaktionen hat. Heulen? Naja, das sind natürlich jetzt die Sachen, die wir hier, äh, ja, gerade ausgewählt haben. Ich möchte unbedingt sehen, wenn sie sich hier in die Werwolfsform verwandelt. Das werden wir bestimmt auch gleich noch. Haben wir? Oh, Neumond. Okay, interessant. Also es, ähm, ist jetzt hier schon fast ein bisschen zu spät. Ich dachte, wir hätten Vollmond. Das Symbol sieht irgendwie so aus. Okay, sie ist nicht so begeistert. Nein, aber du sitzt jetzt mal hier nicht so viel rum, sondern wir versuchen hier mal so ein bisschen mit den anderen Sims zu interagieren. Schnüffeln und vorstellen. Das, das klingt doch schon mal gut. Komm, beweg dich mal. Zeig uns doch mal, wie Schnüffeln und Vorstellen aussieht. Es scheint ihnen irgendwie gar nichts interessiert zu haben, so wirklich. Witz über Werwölfe erzählen. Wir socialisen jetzt hier immer so ein bisschen. Wir kennen ja auch niemanden. Um Werwolf-Sympathie, äh, bitten? Grausame Einschüchterung. Ah, okay. Sie muss aber zuerst eine Verwandlung durchmachen, um hier alle Interaktionen ausführen zu können, wie auch immer das jetzt genau funktioniert. Das sehen wir gleich noch. Ich finde es gut. Er ist direkt verängstigt. Kommt scheinbar nicht so gut an. Oh. Ja, hat er wohl hier ein bisschen geflunkert. Ach, ich muss sagen, ich finde es gerade jetzt schon einfach witzig. So, haben wir denn hier noch mal ein paar mehr Sims, die wir hier nerven können? Hier stehen noch ein paar Gute rum. Grausame Einschüchterung. Wir sind einfach mal ein bisschen gemein hier zu unseren Kollegen Werwölfsrudel. Ah, sind das ebenfalls die quasi Werwölfe aus dem Rudel. die Moonwood-Kommune und die Wildfangs. Es gibt ja zwei verschiedene. Finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Also, dass sie da ebenfalls noch so ein kleines System eingebaut haben. Ah, okay. Ich muss sagen, diesen Baum habe ich schon die ganze Zeit auf irgendwelchen Screenshots gesehen. Konnte ihn aber gar nicht einordnen. Ah, das ist dann halt wahrscheinlich einfach der Treffpunkt von den Wildfangs. Beziehungsweise, das müsste die Moonwood-Kommune sein. Schlussfolge ich jetzt mal hier aus diesen hängenden Monden. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. So, wollt ihr denn mal so ein bisschen hier labern? Ich hätte ehrlich gesagt auch Lust, eurem Clan hier beizutreten. Bitten, ein freundschaftliches Verhältnis zur Moonwood-Kommune pflegen zu dürfen. Es geht hier schon los, aber ich glaube, das kommt jetzt tatsächlich noch nicht so gut an, wenn wir uns versuchen, hier reinzuschummeln. Vor allem, weil wir uns gar nicht so gut verstehen. Hier sind dann auch schon die Interaktionen, mit denen man mehr über die Welt herausfinden kann. Das war ja ebenfalls so ein Punkt, dass die Dorfbewohner hier ebenfalls ein paar Sachen zu sagen haben. Was ist das denn hier? Das sieht ja auch sehr cool aus. Es ist einfach nur ein Deko-Objekt, aber es ist so, die Welt ist wirklich, diesmal wirklich extrem voller Details. Also, wenn ich jetzt mal so zurückdenke an zum Beispiel Forgotten Hollow, die fand ich ja schon sehr cool. Da waren auch schon so ein paar coole Details, aber hier, ich weiß auch nicht, es gibt hier so, kann man schon ganz schön ikonische Deko-Objekte. Wir haben hier so diesen Fluss mit dieser Brücke, die hier auch aus so Holzstämmen gemacht ist. Wir haben diesen Holzhaufen, den wir gerade schon gesehen haben, diesen Baum und diese ganze Fabrikanlage hier hinten sieht auch mega detailliert aus. Also, ich muss sagen, die Entwickler übertreffen sich in dem Punkt auf jeden Fall immer noch mal selber. Es macht einfach schon Spaß, sich hier einfach die Welt anzugucken. So, wie geht's, wie sieht's denn eigentlich bei euch aus? Geht's denn hier langsam weiter nach oben? Ich find's aber auch spannend, aktuell können wir bisher noch nicht wirklich selber bestimmen, ob jetzt unsere Werwulfsform zum Vorschein kommen soll oder die normale Form. Find ich auch sehr cool, das muss man sich da... Oh, okay. Ich hab mich tatsächlich hier mit dem Christopher ein bisschen weiter angefreundet und jetzt dürfen wir der Moonwood-Kommune ein bisschen folgen. Du kannst jederzeit bei unserem Baum vorbeischauen, um Zeit mit uns zu verbringen oder die Anlagen zu nutzen. Es ist zwar kein Muss, aber wir würden uns freuen, wenn du dem Rudel die ein oder andere Zuwendung zukamten lassen würdest. Wir werden deine Großzügigkeit zu schätzen wissen. Okay, interessant. So, dann haben wir jetzt auch Zugriff auf diesen Baum. Anlagen benutzen, ausruhen, waschen, Toilette benutzen, das klingt ja interessant. Christopher kann ebenfalls jetzt hier so Geschenke von uns bekommen, mit denen wir uns dann wahrscheinlich danach dem Rudel anschließen können. Es ist tatsächlich ganz witzig gemacht. Es klingt so, als könnte damit auch ganz gut Zeit vergehen. So, Sorgen bezüglich Greg schildern. Ne, beschweren wollen wir uns mal nicht. Wir sind ja gerade erst reingekommen. Beschweren kann man sich da eher weniger. So. Okay, es wird langsam Nacht und hier entsteht auch so ein bisschen Nebel. Sehr atmosphärisch auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass die Moonwood Kommune direkt irgendwie an unserem Haus dran ist. Müssen wir gar nicht so weit laufen, wenn wir hier zurück wollen. Oh nein, ihr geht schon wieder überhaupt nicht gut, liegt aber eher in ihrem Merkmal. So, sie hängt einfach mal ein bisschen ab. Muss manchmal auch sein. Ah, ich muss sagen, diese Animation ist wirklich irgendwie sehr cool. Die hat man auch schon im Trailer gesehen. Sie hat jetzt hier einfach eine gute Zeit, regt sich ein bisschen ab. Ansonsten, was haben wir denn hier noch? So, die Wutanzeige ist gerade so ein bisschen zur Hälfte gefüllt. Tatsächlich gar nicht mal so gut. Muss sauber sein. Dieser Sim wird bei mangelnder Hygiene wütend und hat eine neue Leidenschaft für die Fellpflege mit der Zunge entwickelt. Oh Gott, da kriege ich schon Gänsehaut. Ein Werwolf zu sein ist eben manchmal seltsam. Ja, und auch ein bisschen eklig. So, gucken wir mal weiter. Ebenfalls witzig. Wir können auch einfach unsere eigene Inneneinrichtung komplett kaputt machen. Es gibt diese neue Interaktion zerkratzen. Komm, das machen wir doch jetzt einfach mal. Sieht bestimmt witzig aus. So, okay, ja, das kommt. Jetzt ist er verkratzt. Damit kann man hier irgendwie auch alles ein bisschen dekorieren. Ich finde das gerade irgendwie witzig. Ich würde am liebsten nichts anderes mehr machen. So, ich glaube tatsächlich, ihr Wutlevel steigt jetzt hier auch so ein bisschen an, weil sie hier so rot umrandet ist. Hier im Bestreben sind ebenfalls natürlich ein paar Sachen, die wir hier abschließen können. Zum Kümmerling aufsteigen, Vollmond erleben, Werwolf Bücher lesen, auch sehr spannend. Gibt also noch ein paar Sachen, die wir hier auf jeden Fall machen können. Oh, ihr Wutlevel ist auf jeden Fall weiter angestiegen. Wenn du jetzt hier nochmal ein bisschen heulst und brüllst, können wir dich vielleicht richtig aggressiv machen. Ah, okay, das ist tatsächlich interessant. Ich habe da jetzt gar nicht so explizit drauf geachtet. Dadurch, dass ich jetzt rumgekratzt habe, ist die Moonwood-Kommune davon gar nicht mal so begeistert und macht hier Terror, dass wir mal bitte damit aufhören sollen, ja, um ihre Wut unter Kontrolle zu bringen. Ähm, ja, äh, ja, ich glaube, herumkratzen ist genau das Gegenteil davon, weil ich ja hier so ein bisschen die Wut provozieren wollte. Finde ich auf jeden Fall sehr witzig. Okay, ja, sie sieht jetzt auch schon ordentlich nicht so begeistert aus. Also mit diesen roten Feuereffekten hier sieht das ja wirklich krass aus. So, okay, hören wir mal lieber auf damit. Ich will ja jetzt nicht wieder direkt aus der Moonwood-Kommune rausgeschmissen werden. Wir können ja theoretisch auch noch mal in die Bibliothek gehen, um uns ein bisschen zu belesen. Interessant, wir bekommen jetzt hier so kleine Hinweise reingestreut. Nachdem sie sich in die Hand begeben haben, schrie die innere Werwölfin in Ginger auf. Ich finde das auf jeden Fall ganz cool. What? Eine geheime Sprache. Das Einzige, an was ich Melanie erinnern kann, sind ein paar Symbole, die aussehen wie der Mond. Okay. Oh, okay. Jetzt aber. Die Wut ist zu groß geworden und sie hat sich in die Wehrwolfsform, die wir vorhin gestaltet haben, verwandelt. Ach, schön. Jetzt aber. So, das ist doch eigentlich fast das, worauf wir alle gewartet haben. Hier ist noch ein weiterer Wehrwolf unterwegs. Ach, das ist unser Kollege. Ups, okay. Interessant. Ähm, finde ich tatsächlich ganz witzig. Jetzt haben wir hier natürlich auch ein paar. Wollen wir wirklich riskieren, uns mit unserem Anführer hier zu raufen? Ach, weißt du was? Ich möchte einfach nur die Animation mal sehen. Ah, da sehen wir auch schon dieses Rumgerenne, was wirklich sehr witzig aussieht. Sehr. Sehr. So. Okay. Hat das jetzt funktionieren? Macht ihr jetzt was? Ah, ihr macht tatsächlich was. Okay. Oh. So. So. Wow. Okay. Leute, beruhigt euch mal wieder. Nicht, dass es hier gleich noch Tode gibt. Das sieht ja wirklich sehr cool aus. Also, die Animationen sind hier auf jeden Fall sehr gelungen. Das sieht ehrlich gesagt schmerzhaft aus. Ich glaube, dafür wäre ich tatsächlich, wäre mein Körper nicht konzipiert, um das durchzuhalten. Autsch. Oh. Ja, Überraschung. Wir haben verloren. Wäre jetzt, glaube ich, andersrum auch ein bisschen traurig gewesen, wenn wir direkt den Anführer besiegt hätten. Ja, kam nicht so gut an. Aber ganz ehrlich, das war es doch jetzt wert. Das war total witzig. Oh. Okay. Wir sind auch aufgestiegen. Sie bekommt langsam den Dreh raus, was die ganze Wehrwolf-Sache betrifft. Melanie besitzt einen neuen Charakterzug, der bestimmt, wie sie sich durch die Welt, wie sie durch die Welt geht und was ihre Wut zum Überlaufen bringt. Denke daran, dir auch die neue Fähigkeit anzusehen. Das ist so cool. Territorial. Diese Sims besitzen ein ungewöhnlich hohes Verlangen, ihren Besitz zu beanspruchen. Sie bauen Wut auf, wenn sie sich in der Nähe der Grenzen anderer Wehrwölfe befinden. Du kannst dir denken, wohin das führt, oder? Ach. Ich muss sagen, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir auch zum Beispiel von den Gamechangern jetzt gar nicht so viel zu diesem Gameplay-Pack angeguckt und ich muss sagen, das jetzt zu erkunden, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich glaube, dieses Pack ist auch wieder eines, wo man wirklich sehr viel Zeit rein investieren kann, bis man hier mal alles freigespielt hat. Dauert das bestimmt eine ganze Weile. Wir haben jetzt hier wieder ein paar Fähigkeitspunkte erhalten, deswegen würde ich sagen, wir lösen hier noch mal welche ein. Ein trübsinniges Heulen. Erlerne ein Heulen, das die Wut reduziert. Ein Wehrwürf zu sein ist hart. Ja, okay. Was ist denn hier irgendwie mal spannend? Verbesserter Geruchssinn. Information und Schätze. Widerstandskraft. Erlange die Kontrolle zurück, wenn du in Rage geraten bist. Ist doch eigentlich für unser Rudel auch ganz gut. Ich glaube, ja, nee, Objekte verschlingen, klingt ein bisschen ungesund. So, nehmen wir doch einfach mal das. Damit wären wir jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen weiter hier. Sie ist jetzt einfach wirklich ins Nichts verschwunden. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Jetzt ist sie wohl weg. Wir werden nicht so schnell erfahren, wo sie hin ist. Ah, okay. Nach ihrer Wut ist sie jetzt hier oben gelandet. Das haben wir ja tatsächlich auch schon im Trailer so ein bisschen angedeutet gesehen. Und aus irgendeinem Grund ist sie nackt. Okay, alles ganz normal bei den Werwölfen. Das hat bestimmt einen traditionellen Hintergrund, den wir hier bloß nicht ganz durchschaut haben. Ja, ihr Wutlevel ist tatsächlich wieder leer. Okay, wollen wir denn mal unsere neuen Fähigkeiten hier noch ausprobieren? Werwölfin Geruchssinn verbessern. Machen wir das doch mal. Komm, kümmere dich mal um deinen Geruchssinn. Wie, wie verbessert man denn bei den Werwöl... Wie sie schaut, wie sie jetzt benommen ist. Wie, wie verbessert man denn bei den Werwölfen sein Geruchssinn? Ich habe auf jeden Fall noch sehr viel Lust, hier ein bisschen weiter zu schauen, weiter zu spielen, weil tatsächlich bis jetzt macht irgendwie dieses Pack echt einen lustigen Eindruck auf mich. Es wirkt irgendwie alles sehr schlüssig. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt auf jeden Fall nochmal in den Baumodus. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne mehr zu diesem Gameplaypack sehen würdet, weil wir haben jetzt nur an der Oberfläche vom Gameplay gekratzt. Aber vielleicht kann man ja demnächst mal wieder so einen Livestream starten oder so zu diesem Pack. Fände ich auf jeden Fall auch sehr witzig, einfach das nochmal so ein bisschen regelmäßiger anzugucken. Deswegen, ja, würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal so ein bisschen hier in den Baumodus rein und schauen uns die neuen Objekte an, die die Entwickler hier so hinzugefügt haben. So, okay. Wir haben ein neues Bett bekommen, das tatsächlich natürlich, wie zu erwarten auch so ein bisschen kaputt aussieht. Sehr cool. Ziemlich rustikal. Wir haben dieses neue Bett bekommen. Gefällt mir auch sehr gut. Neue Hochbetten sind natürlich auch nie schlecht. Den Busch haben wir ja schon in etlichen DSM-4-Packs gesehen. Oh, ein neues Kleinkinderbett. Alles so in dieser kaputten Holzoptik mag ich sehr gerne. Dunkle Farben, ein paar Helle sind dabei. Sehr holzlastig. Okay, dieses Grün ist scheinbar irgendwie auch so eine Farbe, die hier öfters vorkommt. Wir haben neue Reifen. Das sind bestimmt Reifen zum Sitzen, oder? Ja, genau. So, wir haben einen Ledersessel bekommen. Der finde ich aussieht wie so ein alter Fernsehstuhl. Hatten wir in der Art auch noch nicht. Dieser Stuhl sieht irgendwie aus wie einen, den wir schon haben. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Den Stuhl haben wir neu bekommen. Ich mag das, dass dieses Holz auch teilweise wirklich so komplett hier so Furchen hat und so. Also es passt auf jeden Fall natürlich sehr gut. Wir haben ein sehr kaputtes neues Sofa bekommen. Auch sehr witzig. Was haben wir hier denn so für Farben? Gar nicht mal so viele. Also tatsächlich, die Farbauswahl hält sich bei diesem Pack so ein bisschen in Grenzen. Es sind jetzt nicht so ultra viele. Da hatten wir auch schon mal mehr. Wir haben diesen Stamm erhalten. Diesen kleinen Pilzen drauf. Ist das auch zum Sitzen gedacht? Ist es auch zum Sitzen gedacht? Genau. Wir haben diesen Tisch mit diesem Buch, was ich schon vorher gesehen habe, bekommen. Sehr cool. Sehr cooles Detail auch einfach. Wow. Okay. Hier auch so wirklich abgeknibbelt schon die Farbe hier. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich glaube, ganz ehrlich, damit wird die Community auch wieder sehr viel Spaß haben. Der Look von den Objekten finde ich... Oh mein Gott. Es ist einfach eine Haustür, die hier auf zwei Kartons gelegt wurde, beziehungsweise hier so zwei... Einmal so ein Akten-Dings und einmal hier so eine Kiste einfach aus Holz. Es ist auch einfach von der Idee einfach sehr gut. Auch relativ wenige Farben leider. Wir haben hier so einen kleinen Einmaleinschreibtisch. Das neue Teleskop des Packs. Wir haben ja eins mit den Basisspielen und eins mit diesem Pack bekommen. Einen neuen Boxsack in äh... alter Optik in abgeranzter Optik. Wir haben dieses neue Sportgerät bekommen. Sportgeräte in diesem Sphere tatsächlich ja auch ein wenig rar. Wir haben eine neue Bar. Die ist auf jeden Fall sehr cool. Ähm... Ja... Farbenmäßig auch ein bisschen was Buntes. Hier wieder dieses Grün. Das kommt irgendwie öfters. Auch hier vorne ändert sich irgendwas. Dieses... Ähm... Finde ich tatsächlich auch ganz cool. Also objektemäßig sind es gar nicht so giga viele. Aber ich finde die Auswahl, die wir hier haben, ich gehe jetzt hier mal ein bisschen schneller durch, ist auf jeden Fall sehr cool. Das ist quasi ein, ja, umgebauter Aufzug, sage ich jetzt einfach mal. Gehen wir hier nochmal weiter. Wir haben, das hätte es jetzt irgendwie nicht gebraucht, ein, äh, ja, neues, eine neue Pflanzenkiste. Wir haben ein neues, ja, eine neue Feuerstelle bekommen, auch sehr cool. Dann gibt es hier ein paar neue Pflanzen, die wirklich, oh mein Gott, diese Pflanzen sehen so cool aus. Ich glaube, die werde ich richtig oft im Spiel jetzt benutzen, die sind wirklich fancy. Ah, also pflanzenmäßig auch was geboten, finde ich auch immer irgendwie wichtig. Ist es bei euch denn nicht irgendwie auch so, dass immer, wenn ihr noch so eine Ecke habt, wo ihr nicht ganz genau wisst, was ihr da hinmachen wollt, dass ihr dann da einfach Pflanzen hinpackt, das ist bei mir zumindest immer so. Wandsticker erhalten, mit sogar verschiedenen Mustern und, ach, das ist ja wirklich cool. Nicht nur verschiedene Farben, sondern irgendwie da verstecken sich ganz andere Sachen noch dahinter. Müsst ihr auch immer mal ein bisschen drauf achten, auch bei den Teppichen ist das des Öfteren so. Ein neuer Spiegel mit Sprung, dann nochmal einen neuen Spiegel. Oh mein Gott, das sieht wirklich sehr cool aus. Eine coole Idee, das hier so mit diesem Regal zu kombinieren, gefällt mir sehr gut. Neue Vorhänge. Oh, okay, auch sehr rustikal, sieht für mich ein bisschen aus wie so eine LKW-Planer, passt natürlich sehr gut. Wir haben dieses neue Wandobjekt erhalten, was auch immer das sein soll. Ich glaube, damit lässt sich gar nicht wirklich interagieren. Wir haben noch mehr Deko-Krams bekommen, einen neuen Ventilator, dann haben wir diese Deko-Objekte hier noch, wir haben mehr Sachen für den Boden, diese, die kennen wir schon so von der Wand so ein bisschen, neuer Teppich, ach, Teppich ist ja bei D-Sims 4 allgemein Teppiche so ein bisschen schwierig, da gibt es ja sehr oft sehr viel Krempel, den man gar nicht so richtig braucht, den ich ungern benutze, aber die sind doch eigentlich ganz cool. Wir haben auch hier nochmal so einen kleinen Teilehaufen bekommen, wir haben ein Holzscheit-Objekt bekommen, dieses Wand-Objekt sehr cool, ein Regal und eine neue Baby-Liege gibt es auch, die Werwölfe können also schon passend hier in dieser günstig zusammengeschusterten Box hier irgendwie pennen, auch sehr gut. Wir haben ein neues Spielzeug bekommen, das ist wirklich sehr süß, das bewegt sich auch im Live-Modus, finde ich auf jeden Fall ein cooles Detail, genau, man sieht es hier schon, die Lampe ist auf jeden Fall eines meiner Highlights wirklich, einfach weil sie sich da einfach so die Mühe gemacht haben, das einfach nochmal zu animieren, ist ja auch nicht immer der Fall bei den Entwicklern. So, dann haben wir noch mehr neue Lampen, auch sehr cool, die sieht ja wirklich witzig aus. Ihr merkt schon, dieser zusammengeschusterte Stil hört gar nicht auf, ich glaube, wenn ihr den nicht mögt, ist der ganze Baumodus für euch schon mal nix, ist natürlich aber auch sehr passend zu diesem Pack. Wir haben einen neuen Briefkasten bekommen, muss auch immer sein, gibt es irgendwie auch gefühlt mit jedem neuen Pack irgendwie einen. Wir haben diese Tonne bekommen, auch jetzt nichts spannendes und diese Kisten, die wir auch schon bei uns daheim stehen haben, auch sehr cool. Damit werden wir jetzt auch schon fast durch hier tatsächlich, wir haben eine neue Gitarre bekommen und Sachen, die aber jetzt noch nicht freigeschaltet sind, die wir aber aus irgendeinem Grund hier trotzdem probieren können. Eine neue Kuckucksuhr, auch sehr witzig, die es auch in ja, gar nicht mal so vielen Farben gibt, drei verschiedene, ist okay. Wir haben dieses Poster bekommen und noch mehr Deko-Objekte. Ja, also, das ist zwar jetzt hier alles sehr unordentlich, einfach hingekleistert, aber ich muss sagen, die Objekte gefallen mir wirklich ganz gut. Das ist doch auf jeden Fall, sind sehr viele Schicke dabei. Ich hätte jetzt tatsächlich ein bisschen die Angst gehabt, dass die Entwickler hier vielleicht nicht nochmal so einen eigenen Stil finden, weil ich finde, aus manchen Packs wirken die Objekte einfach so, als hätten wir die irgendwie schon mal im Spiel gehabt. Hier ist es auf jeden Fall nicht so. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Auch gerade diese anderen Deko-Objekte hier, auf jeden Fall sehr witzig. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, bis jetzt macht das Pack einen sehr guten Eindruck auf mich. Es waren jetzt auch gar nicht so wirklich irgendwelche Skandale, so wie letztes Mal bei dem Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay-Pack irgendwie mit diesem Pack verbunden. Wichtig gibt es auch manchmal, dass dann einfach irgendein großer Kritikpunkt in dem Pack drin ist, aber bis jetzt sieht es für mich tatsächlich so aus, als wäre das in diesem Pack nicht der Fall. Hoonwood Mill gefällt mir sehr gut. Ist wirklich, wenn wir jetzt hier mal rauszoomen, eine gigantische neue Welt, also wirklich platzmäßig. Es fühlt sich so ein bisschen an, fast so Open-World-mäßig wie in The Sims 3, muss ich wirklich sagen. Also, ganz ehrlich, wären alle Regionen, auch die Basisspielregionen, so groß wie diese, würde ich das manchmal sogar fast vergessen, dass, außer, okay, außer wenn wir jetzt hier auf ein anderes Grundstück reisen, würde ich sogar fast vergessen, dass, ja, The Sims 4 keine offene Welt hat. Aber ja, das soll es soweit mit meinem ersten Eindruck vom The Sims 4 Werbehöfe Gameplay Pack gewesen sein. Meine Sim-Dame kuriert sich hier oben hoffentlich nochmal ein bisschen aus. Der geht es nicht so gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Genau, das Pack findet ihr ebenfalls auch bei Instant Gaming bald. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Sind viele Packs um bis zu 70% reduziert. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so zu diesem Pack denkt, wieso euer erster Eindruck ausgefallen ist. Ob ihr so meiner Meinung seid oder wie ihr das so seht. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder. Bis zum nächsten Video. bis zum nächsten Mal. try positioniert. da Untertitelung des ZDF für funk, 2017